Hallo zusammen, wir behandeln eine Frage von einem Kunden, er hat ein Häuschen in den Bergen und er will kaltes Bier, für das brauchen wir einen Kühlschrank und er ist Kaffeetrinker und für das brauchen wir eine Kaffeemaschine, so eine Nespresso, so eine Kapselmaschine und das will er in diesem Häuschen betreiben und er hat keinen Strom zur Verfügung. Also ich stelle die Kaffeemaschine hier oben drauf, das ist also nicht ein Lieferumfang von mir, die kriegt ihr sonst dann nicht in meinem Morgen. Also für das Bier wird auch ein Kühlschrank reichen, der ohne Eisfach ist, aber wir nehmen hier als Muster einen Kühlschrank mit Eisfach, dann könnte man noch was gefrieren dazu. Was braucht wir sonst für ein paar Kaffees rauslassen und den Kühlschrank betreiben? Wir brauchen einen Speicher, also das heißt eigentlich eine Batterie. Ich habe hier eine Lithium-Batterie, eine 100 Ampere, hier sind die Preise drauf, mit oder ohne Bluetooth. Ohne Bluetooth seht ihr nicht, was drin ist, aber die Kühlmaschine schaltet aus, der Kompressor schaltet aus, wenn da leer ist, also dauert dann das Tiefkühlverkauf. Wenn ihr wisst, was drin ist, nützt das auch nichts, wenn die Batterie leer ist. Jetzt ist das für die Kaffeemaschine hier, die Nespresso von DeLonghi, brauche ich einen Wechselrichter. Und jetzt würde ich empfehlen, wir gehen direkt in eine Batteriebox, wo diese Batterie drin sitzt und obendrin ein Wechselrichter montiert ist, der die Anforderungen erfüllt, dass ich hier die Kaffeemaschine betreiben kann. Jetzt habe ich hier die Batteriebox, das heißt hier drin sitzt die Batterie, ich habe hier den Wechselrichter, den kann ich einschalten, dann kann ich hier von mir aus noch mit einer Verlängerungskabel, kann ich hier die Kaffeemaschine einstecken und kann dann Kaffee rauslassen. Wenn die Batterie voll ist, kann ich theoretisch, auch praktisch etwa 50 Kaffees rauslassen, mit der Maschine hier. Aber dann läuft der Kühlschrank nicht mehr, also beim Kaffee weniger und dann funktioniert das. Wenn ihr wirklich 50 Kaffee wollt, reden wir nochmal drüber. Dann war die Frage von diesem Kunden, ja ich brauche ja dann Licht in diesem Häuschen, da ist zum Beispiel die Möglichkeit von solchen Lampen, da gibt es aber mittlerweile sehr viele, die kann ich zum Beispiel hier hinten anstecken und hier logischerweise einschalten. Dann habe ich so eine LED-Leuchte, er hat gefragt, er bräuchte drei Stück, was er braucht, ist ein längeres Kabel, das schauen wir später an. Der Kühlschrank, der wird hier auch über diesen Stecker, Stecker unten dran angeschlossen und dann hat er Licht und so weiter. Der Kunde fragt auch an, ich brauche ein Radio. Die heutigen Jungen, die haben keine Radios mehr, die haben solche Boxen hier. Kennt ihr vielleicht, ist auch nicht mein Thema, aber die gibt es gut kaufen oder ihr habt die schon. Aber das Thema ist, ich muss ja die dann laden. Und hier habe ich einen Ausgang, äh, einen Eingang und dann habe ich hier, zeigt es mir an, dass jetzt hier die Batterie geladen wird. Das mit der Musik und so, Handy, Handy, habe ich einen zweiten Ausgang, da könnte ich hier noch das Handy laden oder das iPad, wo halt dann die Musik gestreamt wird und so weiter. Das lassen wir. Den Wechselrichter kann ich wieder ausschalten, wenn ich den nicht brauche, also den brauche ich eigentlich nur, wenn ich den Kaffee rauslasse oder sonst mal irgendwas, einen Laptop betreiben will, der nicht über USB betrieben wird, sondern über Netzgerät, kann ich hier 230 Volt erzeugen. Jetzt brauche ich ja für das Teil, beziehungsweise natürlich für den Kühlschrank und die Kaffeemaschine, brauche ich die Stromversorgung, da brauche ich die Panels. Das heißt, ich brauche zum Beispiel einen Solarregler, der ist schlicht einfach, MPPT-Technik, hat keine Anzeige, gar nichts. Ja, wir haben aber hier zum Beispiel, könnt ihr drauf gucken, wenn wir jetzt kein Bluetooth haben auf der Batterie, dann kann ich hier zum Beispiel schauen, was die Batterie gerade für eine Spannung hat. Ich habe auch ein Display, analog, nur mit der Lithium-Batterie ist das relativ schwer, hier die Spannung oder die Kapazität abzuschätzen. Aber für eine grobe Einschätzung absolut ausreichend. Hier habe ich diesen Stecker drauf, den stecke ich hier logischerweise unten ein, auf Dauerstrom, dann kann ich auch hier alles ausschalten, dann geht der Radio nicht mehr oder wenigstens die Ladung dafür. Und die Lampen ist alles aus, der Kühlschrank ist aus und ich habe nur noch die Ladung dran von der Solarpanel. Also das heißt, wenn ihr nach Hause geht, Kühlschrank will ich ausschalten, Kaffeemaschine auch, dann wird nur noch geladen, bis die Batterie voll ist. Von diesem, das Teil hier muss in die Nähe von der Batteriebox. An die Wandschrauben oder sonst was, ich kenne es auch, da liegt es dann einfach so irgendwo in der Luft, ist nicht schön, aber technisch funktioniert das. Weiter brauche ich natürlich jetzt von hier, das sind jetzt 5 Meter Kabel, die müsste ich verdrehen. Über die Kabellänge, wenn ich hier Meter mehr Kabel brauche oder so, können wir darüber reden, haben wir am Lager. Also hier muss ich dann das Kabel hier rein, schwarz ist schwarz, rot kommt das rote Kabel, das habe ich hier auch und das geht dann aufs Dach. Und vom Dach her brauche ich für diese Anwendung hier zwei solche Panels, das sind jetzt 130 Watt, also 260 Watt zusammen, Watt Peak. Der Regler ist ausgelegt für 300, also wir könnten hier noch ein bisschen höher fahren, aber mein Standardpanel ist 130, also 260 Watt Peak. Und wir haben hier diese zwei Kabel, wenn wir zwei Panels haben, fahren wir hier mit dem roten Kabel, was ich euch gezeigt habe, hier drauf. Von hier aufs rote Kabel vom zweiten Panel und dann habe ich wieder ein schwarzes Kabel übrig. Und da geht es dann wieder auf schwarze Kabel auf den Regler. Das ist alles, was ihr braucht dazu. Dann braucht ihr vielleicht noch ein Kabel für den Kühlschrank. Das sind dann Kleinkomponenten, die es dazu braucht. Jetzt ist ja die Frage, in der Schweiz haben wir 7,7% Mehrwertsteuer. Die bleiben 7,7% Mehrwertsteuer, das müsst ihr auf diese Komponenten bezahlen. In Schweizer Franken, der ist nicht weit weg vom Euro, obwohl wir in Euro natürlich 19% Mehrwertsteuer haben. Durch das sind wir in Deutschland teurer als in der Schweiz. Wir gehen in die Batteriebox. Die Batteriebox ohne Bluetooth kostet 1095 Watt. Der Kühlschrank hier, direkt auf 12 Volt betrieben, kostet 1190 Watt. Da gibt es auch günstige Möglichkeiten, aber hier hat Bier Platz. Die Kaffeemaschine, die könnt ihr irgendwo anders kaufen. Die kostet 79 Schweizer Franken als Aktion. Dann so eine Flipbox. Die Jungen haben das schon. Fragt euren Enkel oder so, wo ihr das Teil kauft. Irgendwo ein Handy, dass ihr die Musik kriegt da rein. Das müsst ihr auch selber kaufen. Dann geht es weiter mit dem Solarregler. Der hier, ohne Kabel. Der kostet 85 Schweizer Franken mit diesem Stecker, das hier Plug & Play eingesteckt werden kann. Das Kabel dazu schenke ich euch, wenn ihr die Panels kauft. Also ihr braucht dann solch eine Panel da. Eins und zwei. Eins kostet 130. Zwei wären dann 260. Hier fehlt aber das Befestigungsmaterial. Und hier beim Befestigungsmaterial hängt es immer darauf an, wo montiert ihr das Teil. Teilweise wird es wirklich einfach montiert. Dann äußere ich mich nicht zu den Montagekosten. Also Montagekosten sind hier auch nicht dabei. Eben, 5 Meter Kabel sind dabei. Aber die Kabel ist auch nicht der große Punkt, was es ausmacht. Dann habe ich drei so LED-Panels, LED-Lampen, was der Kunde gefragt hat. So ein Lämpchen kostet 18 Franken. Hier einen ausschalten. Ich könnte auch einen anderen Schalter dazwischen machen. Aber die kann ich hier ab der Box ohne Probleme betreiben. Ja, und dann rechne ich noch, so fixen für Kabel oder einen Stecker, 50 Franken dazu. Dann sind wir auf 2734 Schweizer Franken für die Box, Kabel, Solarpanel, Kühlstück. In Deutschland sind wir in der Regel 10% höher. Hier mache ich euch ein Video über diesen Kühlschrank. Und hier unten, wie ich die Kaffeemaschine betreibe an der Batteriebox. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank.